Unserer Wohltäter von den Wayne... Da-da-da-da-da-da-da! Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ewigkeit! Wo ist Gordon? Würdest du's nicht ganz wissen? Ich bin hier drüben! Halt, Maul! Halt! Du dumme Kuh! Haule! Haule! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Lüther! Sei nicht sauer auf mich! Haule! Du kleides Luder! Ich kann die Böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman! Du musst einen anderen Weg finden! Ciao! Hm. Ich komme nicht durch das Sicherheitstor. Ich muss einen anderen Weg finden. Hm, hm, hm. Da gehen wir nochmal raus? Ich finde einen anderen Weg in die medizinische Abteilung. Was, wenn die auch einen anderen Weg gegangen sind? Upsala! Können wir eine Runde schwimmen, oder? Das war ein Versehen! Oh, ich will das haben! Wieso kann ich nicht da hin? Das ist doof! Oh, strukturelle Schwächen, okay! Jetzt gibt's das... Spiel mich schon Tipps! Ah! Classic! Puh! Explosiv! Ich will, dass alle Ärzte zusammengezieht werden! Such das ganze Medizingebäude ab! Ich meine das ernst! Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer! Wenn noch ein Arzt versucht zu fliegen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht zu viel Glück! Ich blutze das Gebäude einfach mit Lachgas und lass euch das sterben! Ha! Und der hat immer noch Leute, die ihm folgen! Oh, was ein Lüftungsschacht, das ist ja... Dann kriegt man ja einen Drehwurm! Das war eine der leichteren! Ja, wenn alle schwer wären, wäre das auch doof! Ah, hier lang! So! Lass mich! Sei still und geh mit den anderen da runter! Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört! Ich geh schon! Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten! Ähm... Was mich interessiert... Oh mein Gott, ein Rätsel! Welches war's denn? Ähm... Tic-Tac-Eilmeldung! Tic-Tac-Eilmeldung! Jemand kommt hier nicht lebend! Sanatorium! Wir scheinen im Sanatorium zu sein! Okay, ups! Das war ein Schritt zu weit! Das wollte ich nicht! Hör auf zu heulen oder ich zeig dir was, das dich wirklich aufregt! Ähm... Gut, dann machen wir das doch! Äh... So! Einmal... Explosiv-Gil! Und... Zünden! So! Aus! Findet ihn! Was zum... So! Ich hab jemanden gefunden! Hier drüben! Wieso... Ging das früher noch nicht? Schade! Uh... Seid still und such weiter! Batman! Kannst du mich hören? Zeige dich! W... Wieso sollte ich? Wir sind... Wir sind keine Freunde! Ich rufe Dr. Friedermaus! Ich rufe Dr. Friedermaus! Ist da ein Dr. Friedermaus im Raum? Ha... Jetzt bin ich schonmal falsch gegangen... ... ... ... Dann holen Krankenhäuser! Komm! Noch ein bisschen! Ich hasse Krankenhäuser! Da grusel ich mich immer! Ja... Tut mir leid für dich! Ernsthaft! Nein! Bleib! Bleib! Nooo! Und dich krieg ich nicht! Hm... Scheint nicht so! Ah... Ich... Ich... Ich könnte die alle sofort... Oh shit! Ja, ich würde hier schneller machen! Okay... Ich glaube, ich mache einfach Schluss hier! So kann das nicht weitergehen! Das war ja jetzt ein Raha-Hein-Fall! Wow! Ähm... Wo latscht die lang? So! Erwischt! Dann ging das schnell in den Pfiff und stoppen jetzt! Sonst himmere ich mich um eure Blutung! Und zwar wie immer! Wo bewegt die Sterne hin? Oh! Wie kann der mich nicht sehen? Alter! Du bist echt die dümmste Sau von allen! Aber fahrlässig von mir! Hallo! Ist dein Doktor anwesend? Nein? Ja! Ich habe hier einen Haufen verwundeter Gefolgsmänner, die ärztliche Hilfe brauchen! Der Raum ist soweit okay! Sie sind in Sicherheit! So! Ich weiß nicht, was passiert ist! Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstumpfen und uns als Geisel nahmen! War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten niemanden in den Fahrstuhl! Ich weiß nicht wen! Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden! Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein! Hier passiert Ihnen nichts! Wir schaffen das schon! Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört! Sie könnten tot sein! Wir sollten hingehen und helfen! Oh, das habe ich vergessen! Dr. Kellerman war im Patienten-Untersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen! Und Dr. Yang ist zum Röntgen gegangen! Okay, bleiben Sie hier! Ich finde die anderen Ärzte! Batman hat uns gerettet! Ich habe nie an seine Existenz geglaubt! Ich hole euch da raus! Alles wird gut werden! Okay, ja! Das sieht komisch aus! Hätte sein können, dass das irgendwas bedeutet! Okay! Haben wir ja hier Rätsel! Stimmt, das wollte ich gucken! Eine Frage kann nur aus einer neuen Perspektive beantwortet werden! Ja! Ich habe sogar schon gesehen, wo das ist! Und zwar... Ähm... Hier muss ich hin! So! Dann mache ich mal hier! Einen eleganten Sprung zurück! ... Wie Lösung nicht richtig ausgerichtet! Was soll ich da anders ausrichten? Was soll ich da anders ausrichten? Ernsthaft? Ist schlechter als ich dachte! Bei diesem Tempo schlägst du mich niemals! So! Dann war das andere! Tick-Tack, 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 Tick-Tack! Deine Zeit ist gelaufen oder so! Ähm... Äh... Hier! Tick-Tack Eilmeldung! Jemand kommt hier nicht lebend raus! Tick-Tack Eilmeldung! Tick-Tack Eilmeldung! Was sind wir denn hier? Äh... Amoxypo... Rileroa! Amoxypo Rileroa! Auf、 Wenn ich doch prior inference hätte! Tick-Tack Eilmeldung! Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tack Eilmeldung! Tick-Tick-Tick-Tick! Tck-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tack Eilmeldung! Kudus Fensterspringen kann ich nicht, das ist schade! Die Experten Infinifikation Und die Полariante Ankraft für so Feinbarkeitsber respects 4 Jason Kudus Fensterspringen! Oh, ein Tonband. Ein Mensch. Als Baby krabbelt man auf vier Beinen. Als Erwachsener läuft man auf zwei Beinen und später benutzt man einen Stock. Netter Versuch, aber die Antwort auf alle drei ist ein Baby. Es stimmt, als Baby krabbelt es auf allen vier. Aber schneid ihm die Beine ab und es kann nur noch auf zwei Stimmen wackeln. Wenn du ihm eine Krücke gibst, kannst du auf drei herumrumpeln. Alles klar? Das ist furchtbar. Wie kann man darüber scherzen? Ganz leicht, Doktor. Es ist nicht meint. Oh, Riddler. Dein Charme. Wow. 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 Das hier ist keine normale Arztpraxis, du. Wow. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Hey. Gefunden. Ähm. Wo ist denn aber jetzt? Ich will das Rätsel lösen. Das ist leichter gesagt als getan. Zack. Und da ist noch ein. Ups. Und. Ups. Das wollte ich nicht. Ah, okay. Deine Herausforderung absolviert. Schaffst du noch mehr? Äh, vielleicht. Wenn ich ganz witzig bin. Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Tick-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack Oh, ich glaube, ich habe das Rätts Lösung gefunden.